Hallo, ich bin der Mader Markus von Andreas Hof Immobilien. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Leider ist es im Moment nicht möglich, euch persönlich zum Berater. Darum habe ich ein kurzes Video vorbereitet zu einem neuen Projekt. Viel Spaß! Dabei handelt es sich um ein Projekt von der Firma Raumpunkt aus Götzis, die Traumwohnung in der Raiffeisenstrasse in Lustenau. Die moderne Wohnanlage besteht aus insgesamt 19 Eigentumswohnungen, die in hochwertiger Bauweise und mit moderner Haustechnik errichtet werden. Es entstanden attraktive Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen, die mit exklusiven Markenprodukten ausgestattet werden und über sonnige Gärtle und Terrassen verfügbar werden. Die Wohnanlage bietet großzügige Grünflächen für die Allgemeinheit und wird selbstverständlich barrierefrei und mit Lift ausgeführt. Der Tiefgarage ist vorgesehen, bei jeder Wohnung wird der Kellerabteil zugeordnet. Der Standort in der Raiffeisenstraße bietet kurze Werke in die benachbarte Schweiz oder nach Dornbirn und hat eine hervorragende Infrastruktur. Der Baubeginn der Wohnanlage wird im Mai erfolgen. Die Fertigstellung ist dann nach Ende 2021 geplant. Die Wohnanlage besticht durch eine moderne und sehr stilsichere Architektur. Die großzügiger und zoniger Gärtle und Terrassen bieten angenehme Erweiterungen ins Freie. Überwiegend traumhohe Fenster ergeben helle und freundliche Räumlichkeiten. Behagelige Paketböder, moderne Flüsse in den Bädern und WCs sowie eine tolle Sanitärausstattung sind natürlich im Preis hinbegriffen. Ein Highlight ist die Lage. Nur ca. 10 Fußminuten vom Blauer Platz oder dem Rheinvorland entfernt. Naheliegend befinden sich Einkaufsmöglichkeiten sowie andere wichtige Einrichtungen des täglichen Bedarfs. Nördlich vor der Wohnanlage befindet sich die Tiefgarageneinfahrt. Die Zugänge zu den beiden Häusern erfolgt ebenerdig. Zwischen der Borderhüse stehen Grünflächen zur Verfügung. Ein Sammelplatz für Müll ist eher so vorgesehen wie ein Spielplatz für unsere kleinen Bewohner und Besucher. Im Untergeschoss befinden sich neben der Tiefgarageplätze und den Wohnungskellern ein großzügiger Fahrradraum und ein Technikraum. Über die Liftanlagen gelangt man sehr bequem, denn man hat vom Untergeschoss bis ins Dachgeschoss. Im Haus A befinden sich die Wohnungen Top 1 bis Top 9 und im Haus B befinden sich die Wohnungen Top 10 bis Top 19. Wenn ihr die gesamte Unterlage und die Details zu der einzelnen Wohnung möchtet, schickt mir eine kurze Anfrage oder ruft mir an. Ich kann euch das alles per Mail zusenden. Ich hoffe es war interessant, wünsche euch noch einen schönen Tag und vor allem gesund geblieben. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020